Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Das ist unsere vierte Frage, die wir stellen an die Rafidah und diese Frage wird das Genick von Rafidah brechen und zwar hundertprozentig, nämlich die Rafidah behaupten, dass die Ahle al-Bait leben und das ist natürlich eine Lüge das ist eine Lüge, die wollen mit dem Ahle al-Bait handeln um dadurch den Islam von innen zu zerstören liebe Geschwister, das haben wir mehrere Male gesagt und bewiesen Wenn ihr sagt, dass ihr Ahle al-Bait liebt, so beweist uns das Eine Sache ist bei Liebe, Musahara, Heiraten So, da gibt uns ein Töchter, eine der Töchter oder Töchter von Ahle al-Bait von dieser A-Imma wo diese Töchter bei einer von den Shia ist Gibt es zwischen Shia und Ahle al-Bait Heirat oder gibt es nicht und das gibt es nicht, subhanallah Wenn die sagen, dass die Ahle al-Bait lieben Warum hat Sayyidina Ja'far Aba Abdillah a.s. nicht die Tochter von Jabir al-Ju'fi geheiratet Warum hat Sayyidina Ja'far nicht die Tochter von Surara nicht die Mutter von Surara Ibn Aayyan, Ibn Sansan al-Nasrani geheiratet Warum hat Sayyidina Ja'far nicht die Tochter von Burait ibn Mu'awiyah geheiratet Das sind die speziellen Schüler von Ja'far Kedib und Surara natürlich bei Shia Warum hat Musa al-Kadib nicht die Tochter von Mohammed ibn Muslim al-Taifi geheiratet Was ist der Ilaqa zwischen Ahle al-Bait und Rafida Nichts, die sind Tausende, Millionen Meilen voneinander entfernt Liebe Geschwister Die machen nur Da'wa Die sagen, wir lieben Ahle al-Bait Das ist natürlich eine Lüge Die Tochter von Sayyidina Ali ist bei Sayyidina Umar Amir al-Mu'minin Die anderen Tochter von Sayyidina Ali sind bei den Ahl-Sünnati und Jemaah Die Tochter von Sayyidina Hassan sind bei Ahl-Sünnati und Jemaah Die Tochter von Sayyidina Hussain ist bei Ahl-Sünnati und Jemaah Und die Sayyidina Hussain, Sayyidina Hassan und Sayyidina Ali haben die Frauen von Ahl-Sünnati und Jemaah geheiratet Genauso die Tochter von den anderen Eimma sind alle bei Ahl-Sünnati und Jemaah Wenn Ahle al-Bait euch geliebt hätten Wenn zwischen euch und zwischen Ahl-Bait nur ein bisschen Liebe gewesen wäre Dann hätten Ahl-Bait euch oder die Rafidah Die speziellen Schüler von den Eimma Deren Töchtern gegeben Oder es hätte eine Heirat stattgefunden Zwischen Ahl-Bait A.S. und zwischen dieser Ruat von Shia Und zwischen dieser Shia Die behaupteten, dass die Ahl-Bait lieben Auf diese Frage werden die Rafidah niemals eine Antwort geben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh